ja hallo und herzlich willkommen meine liebe trader gang bei bsk.ai und binary strategy.net heute geht es mal wieder auf die bug in eine schöne handelssession ich hoffe dass es schön wird in sachen binäre option und geld verdienen im internet mit unserer zick zack kanal alarm strategie wir können hier sehen ich bin heute noch auf null noch kein trade abgeliefert und möchte euch gern in meinen ersten trades heute mitnehmen und euch zeigen wie es funktioniert geld zu verdienen mit binären optionen und der zick zack strategie von us dollar haben wir hier vielleicht schon jetzt eine möglichkeit einzusteigen wir können mal gucken 11 sekunden also hier hätten wir eine möglichkeit 1 naja jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr wow und us dollar und us dollar doch eine möglichkeit einzusteigen nee nee und was was noch us dollar schweizer franken auch nicht ja also binäre optionen meine freunde geld verdienen im internet mit binären optionen ist eigentlich vom ablauf her ganz einfach ihr sagt in einer von euch vorgebenen zeitraum voraus ob ein währungspaar fällt oder steigt mit unserer zick zack kanal signal strategie ist das auf eine minute also diese strategie gibt uns einstiege vor für eine minuten trades und wenn wir richtig liegen sollten mit der strategie und den einstiegen bekommen wir zum beispiel hier ich trade 1000 dollar pro trade sollte ich richtig liegen hier bei pfund us dollar 82 prozent return of invest rei bekomme ich 1820 zurück nach einer minute das wichtige nur ihr braucht halt die richtige strategie für binären optionen und ja die ist eigentlich die letzten wochen hier die zick zack kanal alarm strategie ich habe da extra einen alarm auch noch rein programmiert dass wir hier jetzt mehrere paare aufmachen können und uns der alarm einfach einen alarm gibt wenn es eventuell möglich ist bei einem währungspaar einzusteigen wir haben jetzt vielleicht die möglichkeit us dollar schweizer frankies haben wir 74 prozent return of invest wenn jetzt hier diese kerze außerhalb des kanals endet dann bekomme ich ein signal wie gesagt ich habe die signale eingebaut ihr könnt auch mal die letzten videos angucken wo noch keine signale waren wie eben die strategie funktioniert ihr werdet zwar jetzt hier auch sehen aber besser ist immer ihr schaut mehrere different also ihr schaut mehrere videos an unterschiedliche um eben zu lernen wie die strategie funktioniert die bekommt ihr natürlich kostenlos wenn ihr trader gang member seid trader gang member werdet ihr das erzähle ich euch dann später wenn wir unsere trades gemacht haben wie ihr das werdet ist ganz simpel und ja ich warte jetzt hier auf den ersten richtigen einstieg us dollar jenner schweizer franken jaja hier könnte eventuell jetzt ein einstieg passieren wir haben eine schöne kerze und haben noch 35 sekunden also wenn die kerze so noch mal ein bisschen weiter runter geht bis hierher dann bin ich gewillt hier einzusteigen dann sind die kriterien auch wären erfüllt für einen einstieg wir haben noch 22 sekunden hier bis die kerze endet also wenn sie so bleibt werde ich garantiert in den trade einsteigen garantiert sie darf halt nicht noch wieder höher gehen zu so einem mikro kerzen körper aber wenn ihr so bleibt hier eine schöne kerze außerhalb des kanals also ein ausbruch jawohl und ich bin drinnen mein trade ich habe meinen trade gemacht können wir mal rein zu mir mit dem mausrad so na so mein trade ist hier gemacht also ganz wichtig ich mache es dann auch erst mal ein screenshot kurz bevor der trade ausläuft um euch einiges zu erklären also die ist wirklich simpel ihr seht das hier ich bin jetzt hier eingestiegen manche von euch kennt zickzack trader zickzack strategie trader auf youtube aber haben eben keinen plan warum diese zickzack trader genau da eingestiegen sind das erzähle ich euch jetzt gleich hier mit dieser hilfe die ich hier mit dem kanal rein programmiert habe und den alarm mit dieser hilfe seid ihr genauso professionell für die einstiege wie die leute die erfolgreich zickzack traden auf youtube und euch aber nicht erzählen warum sie in den trade eingestiegen sind deswegen haben wir diese strategie hier und ihr seht ich habe sechs trades gemacht bin hier auf top noch auf null also habe kein trade vorher gemacht und wir sehen jetzt hier ich mache jetzt mal den screenshot um euch eben zu zeigen warum ich hier eingestiegen bin wir können jetzt hier sehen also binäre optionen man noch mal kurz erklärt bedeutet ihr sagt in einem von euch vorgegebenen zeitraum ob ein werbungspaar fällt oder steigt dafür haben wir diese strategie hier diese zickzack kanal alarm strategie wenn ihr in den trade reingeht seht ihr hier diese roten linien wir sagen es geht nach unten und ihr müsst nach dieser minute um natürlich im gewinn zu sein unter diesen roten linien unter euren einstiegs linien wenn ihr nach unten tradert müsst ihr drunter sein was wir hier perfekt sind wirklich perfekt runter und somit generieren wir richtig viel asche so jetzt zu der strategie selber wir bekommen jetzt war ein alarm deshalb können wir mehrere paare dies ab jetzt aufmachen vorher habe ich immer nur ein paar auf gehabt um eben manuell zu sehen und zu warten vor dem einem vor dem einen paar wann ich einsteigen kann mit den alarm ist es besser jetzt da kann ich mehrere öffnen und bekommen automatisch in den alarm wenn es möglich ist irgendwo einzusteigen natürlich nicht direkt bei dem alarm einsteigen sondern zuerst das paar schnell angucken ist es möglich oder nicht so jetzt zu den einstiegen wir sehen hier unseren zickzack kanal hier geht es runter und hier beginnt der neue nach oben zickzack wir sehen hier den kanal graue linie und hier rote linie wir interessieren uns immer nur für die äußere rote linie diese hier das ist unsere interessante linie denn wir warten dass diese kerze hier ausbricht also dass wir sehen hier geht es nach oben nach oben nach oben nach oben nach oben schön im kanal und jetzt warten wir bis wieder nach unten geht und da muss der aus dem kanal ausbrechen das ist diese ausbrecher kerze hier diese da bekommen auch ein alarm diese warten wir ab diese ausbrecher kerze und es muss eine große kerze sein und dass wir in den trade einsteigen also die passt hier sollte es so eine sein hier dann nicht dann warten wir auf die nächste ob die groß wird aber die war schön groß genug und in diesen sind wir dann eingestiegen in diesen trade hier denn jetzt wird der zickzack natürlich natürlich jetzt wird der zickzack natürlich wo es meine leiste jetzt wird der zickzack natürlich hier den kanal nach unten bilden wollen so wenn der hier ausbricht will der dann den kanal nach unten machen und wir schauen immer auf die Ausbruchskerze und gehen in die nächste dann eine minute rein wir können uns mal angucken jetzt naja ist schon doch noch nach oben gegangen aber wir haben hier schön gewonnen und wir haben ein gut haben von 4440 leute ich habe jetzt hier in mit der quatscherei alles drum und dran sieben minuten 50 sekunden habe ich 4440 dollar generiert mit dieser strategie und bin heute nur auf platz elf aber ich mache auch noch ein englisches video später und ja englischen kanal findet ihr den link unterhalb des videos in der beschreibung und im ersten kommentar meine trader gang und schaut auch die englischen videos ihr müsst ja nicht mal verstehen was ich quatsche aber ihr seht das auch in den videos ja okay meine freunde wie werdet ihr trader gang mitglied wie bekommt ihr überhaupt diese strategie das fragt ihr euch jetzt ihr wollt jetzt wahrscheinlich natürlich die strategie die strategie ist kostenlos alles was ihr tun müsst also jede strategie alles was ich hier vorstelle auf dem kanal von früher und in der zukunft ist für euch kostenlos wenn ihr trader gang member seit mitglied ihr werdet trader gang mitglied wenn ihr euch über einen link registriert zu unserem broker mit unserem link bei quotex oder pocket option und mindestens 500 dollar einzahlt die 500 dollar oder euro die kommen nicht zu uns Leute die bleiben bei eurem trader konto auf eurem trader konto wir bekommen nur eine kleine affiliate provision auch dadurch können wir alles kostenlos geben wenn ihr mindestens 500 dollar einzahlt deshalb können wir hier auch alles programmieren kostenlos und euch geben also es ist wichtig dass ihr euch registriert über einen link unterhalb des videos in der beschreibung oder im ersten kommentar bei einem broker unsere wahl und mindestens 500 dollar einzahlt wenn ihr das gemacht habt geht ihr auf bsk.ai registriert euch hier bei bsk.ai und wenn ihr registriert seid loggt ihr euch dann ein geht auf eure name hier geht auf ähm profil edit als nächstes gibt ihr eure broker idea ein dass wir prüfen können später ob ihr wirklich über uns angemeldet zeit oder nicht und ein und einbezahlt habt quotex id zum beispiel hier findet ihr bei quotex wenn ihr auf eure konto klickt hier findet ihr eure id die ist hier und die tragt ihr dann hier ein bei quotex id und flopp und drückt save changes dann geht ihr auf meine metatrader 4 hier das ist wo eben die strategie dann drin ist sehen wir hier meine metatrader 4 findet ihr die nummer hier oben links hier oben links findet ihr die nummer und tragt die eben hier ein und hier ein save changes jetzt seid ihr schon einfach schreiben mir und ja ich mache es für euch im team viewer per team viewer und füge euch die strategien euren metatrader 4 ein dass ihr startbereit seid und wie gesagt schaut einfach mal auf meine letzten videos ähm wie der zickzack funktioniert wie ich den trailer den trete ich jetzt schon ein paar wochen und ja lasst euch begeistern freunde das ist eine möglichkeit wirklich um geld zu verdienen im internet mit binären optionen und quotex ist ein super broker den ich hier nutzen wirklich super gibt es keine schwierigkeiten nix mit auszahlung et cetera ist wirklich genial und ihr seht in der kurzen zeit wieder 4440 dollar generiert und ich mache das meistens live und ihr seht dann auch immer hier in der liste in der top liste wo ich stehe täglich im moment öfter platz 4400 ist aber okay denn hier gab es nur 74 prozent return of invest ich liebe natürlich hier diese dinge euro us dollar wo es 82 86 prozent return of invest gibt aber das signal war eben hier auf einem paar wo es nur 74 prozent gibt aber 4440 leute ist auch nicht schlecht so würde ich sagen abonniert mich bitte für den youtube algorithmus das andere deswegen ganz wichtig gibt den kommentar und den daumen nach oben ja wir sehen uns denke ich im nächsten video dann ich mache heute noch ein englisches video könnt ihr auch angucken der englische kanal ist verlinkt auch im ersten kommentar und in der beschreibung wie gesagt wenn ihr kein englisch könnt schaut euch an denn auch wenn man manchmal was anschaut braucht man kein palaver vom kai und checkt es auch so happy trading meine freunde ich wünsche euch noch einen schönen trader tag und wir sehen uns im nächsten video